Was ist die Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens in der EU? Die Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens in der EU war eindeutig die gemeinsame Währung und natürlich, dass Waren und Dienstleistungen ohne Grenzen ausgetauscht werden konnten. Das hat sich super entwickelt. Europa ist damit auch zusammengewachsen. Durch die gleichen Währungen haben junge Leute auch das Vertrauen in die neue Währung entwickelt. Und gleichzeitig haben wir ohne Grenzen auch diesen Waren- und Wirtschaftsverkehr sehr super annehmen können. Und ich glaube für alle Beteiligten ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich glaube, es ist es das eine ganz, ganz weine Währung legt. Und die Währung war heute seit Jahren mit Todes zum Handeln.